aber er startet doch die aufnahme wahrscheinlich waren das zu viele scheiß objekte da drin hoffe ich mal langsam mal ich finde ich schnauze voll das kann doch nicht wahr sein wie viele aufnahmen mir den den jodel runtergehen kannst du ja weg gucken mann ich weiß auch nicht wollen es liegt waren da zu viele objekte drin in dem teil schon wieder nur noch 15 sekunden wieso schreibt er denn ich aufnahme gestoppt oder sowas dann sehe ich es doch verdammte scheiße vielleicht hat er daran jetzt gelegen das kann doch nicht wahr sein oder darf man das hier nicht mal aufnehmen was er ja die knarre am start drunter her soweit es eben geht man das ist muss das macht doch keinen spaß ich war keine aufnahme nach der anderen und noch eine und noch eine und noch eine und noch eine wird verkackt und noch eine wird verkackt und noch eine wird verkackt das ist doch scheiße hallo jetzt war die entdeckung man wo Warum war die Waffe jetzt leer? Ach, verdammt. Wo ist denn der wieder? Thomas, komm aus der Lethargie raus. Da soll man auch noch... Danke. Thank you for loading. Das macht da so keinen Spaß mehr. Ständig sind erstens Upload-Fehler. Ja, was von der von der Lethargie rauskommt. Ja, was von der von der Lethargie rauskommt. Nein, nein, nicht. Und jetzt finden die Aufnahmen gar nicht mehr statt. Nimm eine andere Waffe mal an. Wo ist denn schon wieder? Thomas, keine Lethargie, keine Lethargie, keine Lethargie, keine Lethargie, keine Lethargie. Dann geh runter ins Wasser. Wo ist das Problem? Das nervt einfach nur. Ständig, wenn ich nachgucke, haben die Aufnahmen gar nicht stattgefunden. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja nicht, dass hier ein Upload-Feder oder sowas wäre. Es ist einfach keine Aufnahme da. Dann sollen sie doch schreiben. Ich gebe mir keine Ahnung. Es ist noch eine gewisse Anzahl in einem Ort möglich an Aufnahmen. Was ist da los hier? Mann, Mann, Mann. Irgendwann ist man total ethagisch. Ist ja die Scheiße. Okay, die sind eindeutig zu weit weg. Außerdem habe ich auch eindeutig nicht den richtigen Winkel. Loading. Mann, Mann, Mann. Wo ist denn da noch einer? Ja, gerne. Was ist das denn jetzt? Das war eindeutig eine Panzerfaust. Jetzt werde ich lethargisch, wäre auch letharisch zu sein. Stop Lethargie. Mann, Mann, Mann. Vielleicht ist es ja das Problem gewesen, dass einfach zu viele Objekte im Ordner waren. Willst du bitte mal speichern, du Affenhirn? Mann, Mann, Mann. Das nervt. Das nervt. Das nervt. Und noch eine Aufnahme nichts und noch eine Aufnahme nichts. Vielleicht waren wirklich zu viele Objekte im Ordner. Man weiß es ja nicht. Aber ich muss es doch wissen. Sonst bringt mir das Ganze doch nichts. Wenn ich die Fehlerquelle nicht weiß, dann kann ich alles vergessen. Ich muss wissen, warum nimmt er nicht auf? Und da kann ich was dagegen machen. Aber nicht Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wie war mein Kopf zusammen aufploppen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. War das der letzte? Das nervt an der Sache. Man macht hier eine Aufnahme. Guck drauf. Nichts. Keine Aufnahme da. Nichts stattgefunden. Vielleicht hätte ich mal das Tutorial lesen sollen. In einem Spielordner sind nur keine Ahnung so und so viele Aufnahmen möglich. Danach werden keine Aufnahmen mehr getätigt. Ich meine es überhaupt schon weiß, dass man in Sherbatten doppelklicken muss. Ist ja schon ein Weltwunder. Ist ja schon die Welt der Wunder. Die kleinen fünf Schusser ist ein bisschen wenig. Das will ich jetzt nicht. Ich bin noch total geredet. Nicht wegen dem Spiel, sondern weil die verdammten Aufnahmen dauernd nicht funktionieren. Dann fünf Aufnahmen nacheinander. Und dann machst du noch eine Aufnahme. Das Problem gelöst. Und wieder nicht funktioniert. Haben wir eigentlich alle nur verschiedene Waffen am Start hier? Wow. Das ist das, was daran so nervt. Das Nervtöten an der Sache ist eigentlich nur diese ständigen... Das eigentlich gar keine... Erzett man nichts gemacht. Einfach keine Aufnahme da. Fertig. Nix. Null. Zwei Sekunden, 16 Sekunden. Das ist doch scheiße. Dann kann ich ja besser die Kamera hinstellen. Dann stelle ich die Kamera hin, nehme den Bildschirm auf. Ist auch 720p. So sehr fällt das auch nicht auf. Dann habe ich ja auch die Aufnahmen. Da kann ich eine Stunde am Stück aufnehmen. Ja, sehen wir nach. Das einzige Problem ist dabei, dass man ständig den... wegen dem geringen Speicher die Videos rüberschubsen muss. Mann, Mann, Mann. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wo das Problem ist. Und wo die Lösung ist. Das ist so ätzend. Dann dauert es einen Kopf kratzen wie ein alter Opa. Kratzen Sie doch noch mal Ihren Kopf, Herr Lipowski. Kratzen Sie Ihren Kopf again. Mann, ist das ätzend. Und wenn man dann nicht weiß, wo das Problem liegt. Mann, Mann. Bin ich im Kreis gegangen? Vermutlich. Das würde mich überhaupt nicht wundern, weil ich ja nicht weiß, wo ich hin muss. Aber durch die Höhle muss ich doch. Aber bestimmt nicht kreislaufmäßig. Vielleicht da oben hin, Herr Lipowski. Oder haben Sie Ihre geistige Behinderung immer noch nicht überwunden oder so? Wo muss ich denn hier hin? Mann, ich bin total gerädert. Ständig macht er die Aufnahmen nicht. Ich stopp mache hier die Aufnahmen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Und dann kann ich das für die Zukunft abnehmen.